Freitagabend hier bei Energy. Vielleicht zeigt der gerade DJ auf dem Weg zu einer Betriebsweihnachtsfeuer. Ihr legt auf und habt noch nicht den ganz großen Wurf geplant, was ihr denn macht, wenn die Stimmung so im Siedepunkt ist. Dann einen kleiner Tipp von mir, Elise Rose, gemeinsam mit Calvin Harris. Bodymoving wird funktionieren, versprochen. Immer die besten neuen Hits hier bei Energy. Das war's für heute. Musik 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 Musik